Und hat gesagt, gut, wenn der kleine Blät nicht will oder seine Hektroterblätter wegschmeißt, dann ist das so seine Sache, dann nehme ich halt einen anderen. Der Raven-Dreier, der ist auch schon viele, viele Jahre dabei, den kannte ich schon, da war er noch halb so groß und da ist er hier schon geflogen. Mittlerweile Raven, wie alt ist er 15 jetzt oder so? So, 14, ja, so in dem Dreh weiß er selber nicht ganz genau, ist auch in dem Fall jetzt egal. Da sind wir dann bei einem Gesamtroterkreis von etwa 85 Zentimeter. Und liebe Kids, wenn ihr jetzt glaubt, der Raven ist 14 oder so roundabout irgendwie rum, müsst ihr nochmal nachfragen, da ein paar Eltern, dass der jetzt hier ruhig hält, das wage ich zu bezweifeln. Also für mich wäre das Modell nix. Ich wüsste jetzt, ich sehe nur noch einen Pixel, wenn er da hinten rausfliegt bei der Modellgröße, aber der Raven hat natürlich gute Augen. Das sieht man schon, das Problem, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, wenn jetzt einer sagt, ich möchte mit der Modellgröße-Fliegerei anfangen und dann so ein kleiner Himmel langt ja für den Anfang, sagt man dann so zwangsläufig. Und da haben wir genau, sind wir bei den Problemen. Was ich vorhin ja ansprach, ist eigentlich nie eine Nummer größer oder zwei Nummer größer ist eigentlich bessere Variante, denn zumindest sind die etwas größeren Modelle natürlich schwerer. Das heißt also, sie haben eine höhere Eigenstabilität und deswegen allein darum schon einfacher zu steuern, wo man den Essen ist. Und ganz langsam schön abfliegen will, so dass man da auch übernimmt. Oh, jetzt ist er wegraven. Das ist der nächste Nachteil von so einem kleinen Modell. Entschuldigung, der Kuchen ist wirklich lecker. Man muss ihn suchen.